hallo und wieder mal grüße aus meinem proberaum heute mit meinem kleinen thama star classic set und heute möchte ich euch einen stick trick von jean krupa zeigen und mit dem fange ich an den spricht total gern und danach gehe ich weiter in eine eigene kreation die so in die richtung geht und die kreation erweitere ich dann noch mit einem dritten stick die variante ist mir mal eingefallen ich glaube 2004 nachts betrunken alleine im zimmer in der bayerischen musikakademie ja ich glaube hat sich rentiert ich wünsche viel spaß musikakademie 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 Aber dieser Stickwerf, es ist immer ganz wichtig, hinten noch einen Stick parat zu haben. Und jetzt erfülle ich noch einen Wunsch, und zwar für den Fabian. Der hat sich die Rhythmuspyramide gewünscht. Ich versuche das mal so mit Viertel, Achtel, Triolen, Sechzehntel, Quintolen, Sechstolen, Septolen, Zweiunddreißigstel und wieder zurück. Mal schauen, ob es klappt. Mal schauen. Mal schauen, ob es klappt. Mal schauen. Mal schauen. Na ja, fast. Lang nicht gespielt. Okay, das war es schon wieder für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schöne Nacht, wie viel Uhr es auch immer gerade bei euch ist und ihr wisst ja, Video bitte teilen, Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik in die Kommentare schreiben und bis morgen, ciao.